So Leute, kleines Update zur HipHop.de Situation und zwar gibt es da ein neues Format, das heißt der Insider und ich werde die erste Folge machen, wer außer mir könnte das so gut machen als allererstes, natürlich kleiner Scherz am Rande, aber ihr werdet live dabei sein, wie ich einen Track recorde, von Anfang bis Ende und zwar ist es am Dienstag um 19 Uhr, könnt ihr auf dem YouTube Kanal von HipHop.de im Livestream sehen, wie ich einen Track recorde und ihr könnt mit mir chatten und mir Sachen sagen, vielleicht könnt ihr mir ein paar Sachen sagen, die ich dann in den Track einbauen werde, so dass ihr auch das Live-Feeling mitbekommt, dass ich das wirklich da live schreibe und tue. Und Dienstag um 19 Uhr ist der ganze Spaß, findet der statt und eine Woche später kommt dann ein Street-Video dazu oder kommt ein Video dazu, auch ebenfalls auf dem HipHop.de Channel, außerdem wird es ein Making-of geben im Laufe der Zeit, wo man das nochmal in Kürze sehen wird, also seid dabei, folgt der ganzen Geschichte der Insider eine sehr, sehr wichtige Geschichte. HipHop.de, Echo Freezy, Dienstag 19 Uhr.